Du und Erichskanaan ist Josef verkauft, der Tate ist, weint, ein bisschen Kids von dem, gut, alles geht tun, das weißt du nicht gut, nicht wegen Josef, das weißt du auch nicht gut, nicht wegen Josef, und du kannst nicht reden, wegen was geschehen, du warst hier bei uns in der selben Zeit, und nicht bei uns im Muckum. Und die Hide, das machen wir mit der Hide, die Hide geht, geht der Aupergitz, der hat Rassene, einer, was heißt, Bas-Shiya, Bas-Shiya, interessant, da weißt du, jeder weiß, das hat ein größer Einblick auf die Hide, was heißt, du wird, das hat ein größer Einblick auf der Hide. Bas-Shiya, Bas-Shiya, Bas-Shiya. Too mindestens mit Afro, also mit Afro, das ist etwas ganz Wettemann, das ist ein größer Einblick, die Hide gesagt, ich habe ein bisschen größer Ich glaube, das ist ein größer Einblick auf das Schatchen, das heißt, ich habe ein bisschen mehr als Schatchen, das ist ein bisschen St Bref, für all die Hide, die Hide, dieses Jahr Wettemann fliehen wie eine Hide, das ist ein Bede, diese Hide, das ist ein ziemlicher Einblick auf das Schatchen, jedes Wingman, wie man sagt. Einer hat drei Kinder, Eir, Oynon, Shailu, bei Shailu sind nicht gewähnt dort etwas, wo steht, dass er gewähnt in Gesiv. Die Eidung war einfach 23, er gewähnt in Gesiv, er geht sehen, er geht da, er geht dort. Aber, was was? Jetzt, Eidung macht Kassner der Kinder, er trefft ihre Frau, es heißt Thomas, auch noch eine Kananische Frau, und die hat die Lumi, hat etwas ganzes Team mit ihm auch. Und bis der Fall Eir hat etwas geteilt, steht nicht was, es weiß nicht was, es weiß nicht, und er startet. Jetzt startet schon ein paar Schiffe von Jibben, die dann weist, und er hat die Briehde, mit der Gaston mit der Frau, die da, wo kann man sehr gut gehen, und Oynon ist nicht happy mit ihm. Dus ich gehe von Oynon, wo es in der Chat ist, er will nicht machen kann Jibben, Jibben ist lang, er ist ein gewisses Neufes, ja, es geht von ihm, es wird mich hier, es wird hier, es wird hier Mann, es du es dich, es wird also wie ein Mensch, es wird also wie ein Mensch, der Schlag von den Tote Briden, ja, Tote Briden hat es gerade kein Kind, die Gaston machen Kinder für ihn, sie gehen heißen, als Schem auch über ihn, es ist wirklich, wo das meint, es ist eigentlich, es ist nicht, es ist nicht alle Kinder, es hilft dann die Bride, wenn man Kinder von so einem, Frau muss nicht übergeblieben, ihm passt das nicht, wir wollen unsere eigenen Kinder, ich kann, ich kann, nicht jedem schlagen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob er will ich nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie es geht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist nicht, dass es nicht, ich weiß nicht, und er lässt nicht, die Schererung kommen, und der Staat, dass es nicht lebt, das ist nicht, dass er aber so ist, wenn die Jungs, das geht aus, ist, das wird alles, das ist. und das schied ich für die Tumor und ich dachte 4 auf meine Kinder und es tut die Zeit aber hier heute macht das Stück das selbe geht er macht das schon nachher er hat schon mehr er geht für die Tumor und es ist ein Katzlunas die immer bei ihm ist kam ich auch was ist ein fersche pussig er ist noch klein er ist aber habe noch klein auch er ist das aber ich habe getroffen an excuse er hat nicht gewollt und im der war jde zwischen Basshias gestorben und zwischen dem ist aufgestanden von der schwe und zwischen der Zeit lüge ist so wie man sieht bei Luvon das ist eine die ist die 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 ist die die ist die 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 Das heißt, jeder ist schön zurück, schön jacke, wenn er sich umgehebt hat, jeder hat sich nicht mehr zu sein, aber gestorben, noch ein paar Wach, das ist ein Schiff, wir gehen weiter, das ist schon ein Ei. Und bei Kitzher, er geht sie, die ihm nur, lüge es zu Ihnen, in Maggazuk, was er bewegt hat, und sie geht in der Nähe. Und sie macht ihr Masse, wer schwelle Zäune, ja. Und der Pusik, der Pusik ist ein Maske, der Pusik, lebt sie, die Kiruasso, ja. Wenn sie sagt, sie ist ein Pazif, die Kiruasso, das heißt, und sie geben ihr Recht, jeder weiß noch, schon bei uns, geben ihr Recht, der Pusik geht ihr Recht. Und jeder kommt, und er betet ihr, hoffen auf ihr Leich, und der Pusik leigt sie, Kiyu, lajuda, das heißt, wenn ihr wollt, gewusst, das ist gewollt, die ganze Sache, das ist gewollt, ja, das ist gewollt, und nicht, das ist gewollt, und jeder kann auch, das ist ein Mejambem, ja. Und sie, sie bekommt, das ist ein Gesamkuch, das ist ein großer Masken, und sie nimmt es auf, und sie geht zurück heim, und wartet, der Ei helft uns, in jedem sein, sie wegge, man will zurück, er will gehen bringen, die ist ihm von der Ische, von der unknownen Säune, trefft ihr nicht, und man fragt den Menschen, das weiß noch nicht, und wir können sie, so gehen von jedem, los, und sie machen, durch ihren Versuchen, sich nach seiner Säune, weiss, was ist gar nicht davor, was ist ganz bestens, kein Massens, ja, vieles geht aufsche Mitte, aber alles, das ist hier. Und wir können sie, gehen jetzt zurück, in jedem zu Hause, bei jedem zu Hause, nach der Eiche Dusche, so gehen wir, sonst, zwei Sachen, die Hiede sagt, gerecht, und die Alkai, leuchtet die, die Alkai meint, in der Pusik allemal, wahl, also, wie im Stad, in den Worten gesagt, kie, die Alkai meint, Alkai, Alki, das ist der Alkai, nur an Nisse, das ist etwas anders, und die Hiede hat zwei Kinder, Peretz und Surach, von denen, auch ähnlich, du Peretz, ich wollte von ähnlich, die Hake von Eis, aus dem Rosenkungen frieren, das ist der Maße, von die Hiede, in Tomar.